Russischer Zupfkuchen 370 Gramm Mehl, 40 Gramm Backkakao, 1 Päckchen Backpulver, 200 Gramm Zucker, 1 Ei, 200 Gramm Butter oder Margarine 3 Esslöffel Teig zur Seite legen Zutaten für die Füllung 200 Gramm Butter oder Margarine, 1 Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillepudding 500 Gramm Magerquark dazugeben 400 Gramm, 1920 Gramm Vollcher5-400 Gramm 200 Grammste 400 Gramm Bei 180 Grad, ca. 50 Minuten backen, gut abkühlen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017